Und dann hat sie es mir also erzählt. Zuerst hat sie noch so ganz starr da gesessen und geschluchzt, aber dann habe ich gemerkt, wie sie langsam gegen mich gerutscht ist, ihr Kopf gegen meinen Kopf und ich habe gedacht, gleich fällt ihr die Krone runter. Ist ja alles gut, ist ja alles gut, habe ich geflüstert, bis nur noch so kleine ruckelige Schluchze aus ihr rausgekommen sind und ich habe wirklich sehr dringend gehofft, dass jetzt niemand aus meiner Klasse vorbeikommt, schon gar nicht Ali und Kai und Rüdiger. Aber dann hat sie Gott sei Dank endlich aufgehört zu heulen und ich habe ihr auch noch die Tränen abgewischt, wie eine Mutter und ich habe gesagt, so, nun wollen wir aber mal wieder vernünftig sein. Da hat sie zum ersten Mal die Nase aufgezogen und genickt. Dann hat sie sich wieder so ganz gerade hingesetzt und die Hände im Schoß gefaltet und sogar versucht, ein bisschen zu lächeln. Verzeih sie meine Tränen, hat sie gesagt und ich habe mich langsam gefragt, ob irgendwas bei ihr nicht ganz stimmt. Und ich danke ihr für ihre Freundlichkeit, mein Vater wird sie reich belohnen. Da konnte ich ja nur Quatsch sagen, auch wenn sie traurig war. Man belohnt schließlich keinen, nur weil er einem ein Taschentuch gibt. Frau Widermeier schickt Oma aus dem Urlaub auch immer nur eine geizige kleine Karte und sagt, dass sie Oma zum Dank für ihre Hilfe eines Tages zum Kaffee mit ihrem schönen Meißner Porzellan einladen wird. Aber getan hat sie das noch nie. Dabei hätte sich Oma für das Katzenklo bestimmt viel eher eine Belohnung verdient, als ich für mein bisschen getröste. Nun, wer ist sie denn, mein Kind? Hat das Mädchen mich gefragt. Nennen sie mir ihren Namen frei heraus. Ich habe gedacht, ich muss vom Fahrradständer kippen und ich habe gewusst, dass mir nichts anderes übrig bleibt, als sie zu meiner Höhle zu bringen. Der Fahrradständer ist für eine im rosa Kleid mit Krone nicht der richtige Platz. Und eigentlich war mir längst klar, dass sie kein Fernsehscherz war. Und was sie sonst sein konnte, hat mir ein kribbeliges Gefühl im Bauch gemacht. Jedenfalls bestimmt nichts langweilig Normales. Ich habe sie also hinter mir hergezogen zum Spielplatz, wo im Gebüsch mein Geheimversteck ist. Leider gehen da auch manchmal die kleinen Kinder zum Pinkeln hin, wenn sie es bis nach Hause nicht mehr schaffen. Aber sonst ist das Versteck sehr schön. Es liegt hinter den Bänken und vor dem Zaun zum Schulhof. Und im Mai riecht es so gut, weil der Faulbaum blüht und im Juni nach Jasmin. Und die Erde ist schon so schön runtergetrampelt, dass man gut sitzen kann. Und manchmal nehme ich mir Decken mit und lege sie auf den Boden und spiele, dass ich von zu Hause ausgerissen bin und backe Pizza aus Blättern. Kriech rein, habe ich gesagt und die Zweige auseinander gebogen, wie ich es für meine Freundin niemals tue. Aber ich habe an das schöne Kleid gedacht und dass sonst die Krone runterfällt. Und da habe ich es besser gefunden. Die Krone ist aber trotzdem gefallen. Oh, hat das Mädchen gerufen und sich die Hand vor den Mund geschlagen. Dann hat sie einfach so dagestanden und auf die Krone gestarrt. Und gebückt hat sie sich kein bisschen. Nur mich hat sie jetzt so komisch angeguckt. Und plötzlich ist ihr Blick ganz böse geworden. Was denkt sie sich? Faules Geschöpf, hat sie geschrien. Heb sie die Krone auf, sofort! Das war ja nun wirklich das Dreisteste, was ich in meinem Leben gehört habe. Ich habe ihr einen Vogel gezeigt. Bück dich doch selber, dumme Kuh, habe ich gesagt. Glaubst du, ich bin deine Sklavin? Aber anstatt sich zu bücken, hat sie nun auch noch angefangen, mit den Füßen zu trampeln, wie ein ganz kleines, trotziges Kind. Heb sie sie auf, hat sie geschrien. Heb sie sie auf, ich lasse sie auspeitschen. Sie hat so komisch ausgesehen dabei, wie sie dagestanden und mit den Füßen getrampelt hat. Und ihr Gesicht ist immer roter und roter geworden, dass ich wirklich lachen musste. Und da hat sie auch noch ihre Fäuste geballt und wollte mich schlagen. Aber ich bin ja nicht so blöd, dass ich mich von einer schlagen lasse, nur weil sie zu faul ist, ihre eigene Krone aufzuheben. Nun los, 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 habe ich gesagt und sie ordentlich gegen die Brust geboxt. Aufheben, los. Und da ist es durch sie durchgegangen, wie ein Ruck. Und sie hat mich angestarrt, als hätte sie plötzlich was verstanden. Ich wollte vorsichtshalber noch Glotz nicht so sagen. Da ist sie schon zusammengesackt, ihre Schultern sind nach vorne gefallen und sie hat sich ganz, ganz langsam nach ihrer Krone gebückt. Da habe ich mich fast geschämt, dass ich so grob zu ihr war. Aber das bin ich wirklich nur, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Genau wie unsere Sachkundelehrerin es will. Sie hat dann die Krone auf den Kopf gesetzt, ganz schief. Und ich habe so mit der Hand gewunken, dass sie wusste, jetzt musste sie wirklich im Geheimversteck verschwinden. Und ich bin hinterher. Im Versteck hat sie mir die Geschichte erzählt. Und die ist wirklich unglaublich. Aber was soll man machen? Es gibt eben Sachen, die gibt es gar nicht. Da hat Oma recht. Sie ist nämlich eine echte Prinzessin. Nicht so eine langweilige wie die in Omas Zeitschriften, über die so viel gemunkelt wird. Eine wirklich echte Prinzessin ist sie. Und ihr Land heißt Reich der Schwäne. Und gleich daneben liegt das Land der Adler. Da gibt es einen Königssohn. Den heiratet sie mal. Ist er denn nett, habe ich sie gefragt. Und sie hat mich wieder so angestarrt, als ob sie nichts versteht. Und gesagt, dass er der Königssohn aus dem Land der Adler ist. Und die Königssohne aus dem Land der Adler heiraten immer die Prinzessin aus dem Reich der Schwäne. Das ist schon so seit Alters her. Und wenn nun einer blöd ist, habe ich gefragt. Oder er ist ganz gemein und quält Tiere. Oder er lacht so meckerig über blöde Witze. Oder wenn einer Schweißfüße hat. Es hat mich richtig geschüttelt, als ich an den Prinzen mit den Füßen denken musste. Aber die Prinzessin hat mich nur weiter so verständnislos angeguckt und gesagt, dass er der Königssohn aus dem Land der Adler ist. Den muss sie heiraten. Das hat das Schicksal so bestimmt. Da ist mir ganz schlecht geworden, weil ich mir vorgestellt habe, wie es wäre, wenn das Schicksal sowas auch für mich bestimmen würde. Wenn ich den grässlichen Kai heiraten müsste zum Beispiel, oder Ali, oder den schrecklichen Rüdiger. Da kann es ein Jahr wirken. Aber die Prinzessin hat nicht so ausgesehen, als ob es ihr was ausmacht. Sie fand das wohl ganz in Ordnung. Nur ich musste immer denken, wie langweilig es sein muss, wenn man sich keinen aussuchen kann, in den man sich verliebt. Das machen wir nämlich immer in der Pause. Und wir suchen uns auch öfter mal neue. Damit es spannend bleibt. Und nun stelle man sich vor, man wüsste dabei die ganze Zeit, dass man in Wirklichkeit mal einen langweiligen, kleinen Kerl mit einem dicken Bauch und Spitzbart heiraten muss. Nur weil das Schicksal es befiehlt. Da macht das Leben ja gar keinen Spaß. Aber das fand die Prinzessin überhaupt nicht. Sie hat gesagt, dass sie sehr glücklich ist im Reich der Schwäne. Und dass dort alles zum Besten geregelt ist. Ihr Vater, der König, ist nämlich sehr weise. Und alles, was er macht, ist gut. Ich hab gedacht, dass wir so einen vielleicht auch mal brauchen könnten. Weil bei uns doch ziemlich vieles nicht so gut ist. Die Staus auf der Autobahn zum Beispiel. Und die ganze Umweltverschmutzung. Und dass manche Leute reich sind. Und manche haben gar nichts. Unser Bundeskanzler schafft das alles nicht so richtig. Es ist überhaupt sehr schön in ihrem Land, hat die Prinzessin gesagt. Sie wohnt in einem großen Schloss. Das heißt Schloss der Güte. Und sie hat 34 Hofdamen. Die kennt sie nicht mal alle mit Namen. Und die Zimmermädchen tragen kleine Spitzenhäubchen. Und die Diener schwarze Anzüge mit Fliege. Und die Gänge des Schlosses sind so lang, dass man da prima Rollschuh laufen könnte. Aber das tut die Prinzessin natürlich nicht. Sie wusste nämlich nicht mal, was Rollschuhe sind. Und der Garten heißt Rosenhain. Da blühen 500 verschiedene Rosen. Und die Gärtner ziehen die Mütze und lächeln, wenn die Prinzessin vorüber geht. Oder ihr Vater, der König. Ihr Vater heißt Alfons der Gute. Wie schön, hab ich gesagt. Aber wieso bist du denn bloß da weg? Da hat sie schon wieder angefangen zu weinen. Und das konnte ich auch verstehen. Wenn man zu Hause einen Rosenhain hat, ist es vielleicht ein bisschen traurig, in einem Geheimversteck aus lauter ganz normalen Büschen zu sitzen. Da hat die Prinzessin mir erzählt, dass sie zu Hause ihre persönliche Fee hat. Die ist eine gute Fee. Es war ein bisschen schwer zu verstehen. Aber ich glaube, sie ist sowas ähnliches wie eine Patentante. Man kennt das ja aus den Röschen. Und die ist immer für sie da und erfüllt ihre Wünsche und beschützt sie gegen Gefahren. Aber leider ist sie keine Dienerin. Sie muss überhaupt nicht tun, was die Prinzessin befiehlt, weil sie doch ein Zauberwesen ist. Und wenn die Prinzessin zu ihr sagt, bück sie sich sofort und heb sie mir mein Taschentuch auf. Dann lacht die Fee sie nur aus und sagt, hast du dir gedacht? Das sagt sie natürlich in einer vornehmeren Sprache. Aber trotzdem hat die Prinzessin immer sehr gewurmt, weil sie doch die Prinzessin war und alle mussten ihr gehorchen. Nur diese blöde Fee wollte das nicht. Und einmal, als die Prinzessin gesagt hat, dass jetzt aber verdammt mal wieder sofort die Sonne scheinen soll, sie hat das natürlich in einer vornehmeren Sprache gesagt, weil sie draußen im Rosenhain beim Brunnen mit ihrer goldenen Kugel spielen wollte, da hat die Fee ihr erklärt, dass sie den Regen jetzt leider nicht abschalten kann, weil der Regen nötig ist für das Korn und für die Kirschen und für die Kartoffeln. Die wachsen sonst nicht. Die Fee muss ein bisschen so ähnlich geredet haben wie unsere Sachkundelehrerin. Die erklärt uns auch immer solche Sachen. Aber für eine Prinzessin ist das natürlich etwas anderes und darum hat sie einfach gerufen, was scheren mich Korn, Kirschen und Kartoffeln? Ich will wieder Sonne und zwar sofort! Aber die Fee hat gesagt, dass das sehr ungezogen von ihr ist. Schließlich braucht das Volk Korn, Kirschen und Kartoffeln. Und die Prinzessin kann wohl nicht verlangen, dass das Volk hungert, nur weil sie jeden Tag Sonnenschein will. Aber die Prinzessin ist kein bisschen einsichtig gewesen. Doch, das kann ich, hat sie geschrien. Was kümmert mich das Volk? Ich bin die Prinzessin und ich will Sonne und zwar sofort! Da hat die Fee den Kopf geschüttelt und sich umgedreht und die Prinzessin ist so wütend geworden, so schrecklich, fürchterlich wütend, weil sie doch die Prinzessin war und alle mussten ihr gehorchen. Und sie hat geschrien, sofort mache sie mir jetzt Sonnenschein, ich lasse sie auspeitschen, ich lasse sie auspeitschen! Das hätte sie aber lieber nicht sagen sollen. Jedenfalls hat es der Fee nicht sehr gefallen, das würde es ja keinem. Und darum hat sie die Prinzessin wieder sehr ernst angeguckt und mit ruhiger Stimme geredet. Ich bin deine gute Fee, mein liebes Kind, hat sie gesagt. Vergiss das niemals! Und dann hat sie noch gesagt, dass es wohl nötig ist, dass die Prinzessin sich mal ein bisschen umguckt in der Welt, damit sie nicht mehr immerzu so dummerhaftige Wünsche hat und so dummerhaftige Drohungen ausstößt und damit sie das Leben kennenlernt. Danach saß die Prinzessin dann plötzlich auf dem Fahrradständer vor unserem Supermarkt. So kann es gehen. Ich habe natürlich eigentlich gefunden, dass es ihr Recht geschieht. Wenn ich mich so aufführen würde, würde Mama mir bestimmt auch eins husten oder unsere Sachkundelehrerin. Aber trotzdem hat sie mir auch ein bisschen leid getan. Ich möchte auch keine Prinzessin sein aus dem Reich der Schwäne und plötzlich sitze ich bei uns vor dem Supermarkt. Es ist natürlich schön bei uns, aber für eine Prinzessin ist es doch sicher ungewohnt. Darum habe ich gedacht, dass ich ihr helfen muss. Ich habe schließlich ein mitfühlend Herze. Sie heißt übrigens Rosenblüte. Aber das finde ich altmodisch. Ich nenne sie einfach Rosi.